Nummer 5. Es handelt sich um eine Druckluftnagelpistole mit einem leichten Aluminiumkörper und einem weichem Griff für mehr Komfort bei der Arbeit. Wie andere Tacker ist sie mit einem Sicherheitssystem, dem Abzug, ausgestattet, das dafür sorgt, dass die Waffe nicht unbeabsichtigt werden kann. Mit nur 581 Gramm ist sie eines der leichtesten Heftgeräte auf dem Markt. Das Produkt wird komplett mit einem 1 Viertel-Schnellanschluss mit Stecker verkauft. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4. Der Einhell TC ONG 20 Nagler ist mit einem komfortablen ergonomischen Griff und Softgrip ausgestattet. Verursacht Ihnen keine Schmerzen und ermöglicht Ihnen ein müheloses Arbeiten. Das Sicherheitssystem stellt sicher, dass Sie es nur benutzen können, wenn es in der Arbeitsposition gehalten wird. Die Schlagkraft ist elektronisch einstellbar und dank der gut sichtbaren Füllstandsanzeige des Laders wissen Sie immer, wie viele Nägel zur Verfügung stehen. Er wird mit einem Lieferumfang verkauft, der 1500 Nägel umfasst. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Der elektrische Nagler TRE 650 ist mit einem ABS-Körper, einem Tiefeneinstellsystem und einem Kontaktsicherheitssystem ausgestattet. Sein ergonomischer Gummigriff macht ihn zu einem sehr bequemen Werkzeug. Er kann bis zu 100 Nägel halten. Und im Falle einer Verklemmung können Sie sich auf den Antiblockiermechanismus an der Vorderseite der Nagelpistole verlassen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Diese Nagelpistole wird mit 500 Zylinderkopfschrauben 30 mm lang, Winkelnippel, Ölflasche, Ersatzkolben, Dichtung, Gummistopfen, Zweistiftschlüssel geliefert. Die wichtigste Besonderheit der Mannesmann Heftmaschine M15350 ist Ihre Fähigkeit, beim Einpflanzen der Nägel keine sichtbaren Spuren zu hinterlassen. Oder jedenfalls beschränkt Sie sich auf das Loch des Nagels selbst. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 1. Diese elektrische Nagelpistole von Tuckwise ist in der Lage, Nägel bis zu 35 mm und Heftklammern bis zu 30 mm zu schießen und hat eine Ladekapazität von bis zu 100 Nägeln. Sie wird mit 230 Volt betrieben und wiegt 2,7 Kilogramm. Nicht das leichteste oder leistungsfähigste Produkt, aber es hat gute Kritiken. Sie wird komplett mit Werkzeugkoffer verkauft. Darüber hinaus ist sie für den Fall einer Verklemmung mit einem Öffnungsmechanismus an der Vorderseite ausgestattet, um das Problem schnell zu lösen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.